Die wollen dich alle. Kultur, Boulevard, alle. Jack Unterweger, Literat und erfolgreicher Frauenwerder. Kommst du zurecht? In der Freiheit. Zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ich glaube nicht, dass sie den Mord an dem Mädchen jemals bereut haben. Ein Hefenpult in Freiheit verliert schnell seinen Reiz. Die Geschichte ist Ihnen nicht bruttig genug. Wir haben vier Leichen. So wie es ausschaut, werden zwei weitere Frauen vermisst. War Herr Unterweger Ihnen gegenüber je gewalttätig? War er ungewöhnliche sexuelle Neigungen? Er hat mich nie zu irgendetwas gezwungen. Verschraubt man über mich. Dann hältst du viel schwulig. Du glaubst auch, dass an den Geschichten was dran ist. Und? Ist was dran? Er hat mich nie zuerst gezwungen. Ja, na, 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 na. Wie?